Hallo, willkommen zu Jaxos. Heute zeige ich euch eine neue Ketchup-Piller-Lade-Rauf und jetzt packe ich sie mal auf. Was für ein Biest. Ich kenne es voll schwer. Ich kenne es richtig, wie der Zylinder sich durcharbeitet. Es zählt uns nichts mehr ab vom Spielen. Jetzt sind wir in der Bruderbitt und da steht Ketchup-Piller-Lade-Rauf. Ja, Johnny Evil will sie jetzt mal fahren. Er hat ihm die Polizei versprochen, gleich wird er hingefahren. Johnny Evil, heute ist ein großer Tag. Zellengang. Was ist denn schon wieder? Mann, ey. Piller, was soll das, Mensch? Es ist 8 Uhr. Ich bin doch voll müde. Los, komm jetzt. Wir gehen nach unten. Los, raus jetzt. Na gut. Jetzt hopp ab mit dir. Los, ab mit dem Police-Jeep. Ähm, Pia, der Police-Jeep funktioniert aber gerade in der Zeit nicht. Die Achse ist gebrochen. Mann, ey. Da rufe ich mal so vor jemand anderen und warte kurz, dann habe ich das Handy. Tsch. Hep. Hopp. Jetzt wieder runter. Pia hat das Handy. Ich kann jetzt die anderen Kollegen aus Gießen anrufen. Äh, ja. Was ist das? Ja, wer unser Police-Jeep hat die Achse kaputt, können Sie bitte ein Auto vorbeischellen? Klar machen wir. Was soll denn da nur schief gehen? Danke, war mir eine große Hilfe. Danke, tschüss, bis gleich. Ich bleib bei dir und pass so lange auf. Gleich sollte ein anderer Polizei-Jeep kommen von Police, aber der wird dich dann hinbringen. Klar machen. Ja. Ja, genau. Ähm. Ähm, Jack, wann sind wir denn da? Ach, das ist voll. Ich hab's schon. Klar. Ja. Don Evil, mach dich auf was gefasst. Ja, mach ich. Rein mit dir. Don Evil, bis später. Und die nächste Tür und bis später Donnie. Das sieht aber nicht nach einer Polizei aus. Ach, kommen wir mal hin. Entschuldigen Sie. Können Sie vielleicht erklären, was da draufsteht? Police? Aha. Wissen Sie nicht, dass Johnny wieder in den Laderaum gefahren wollte? Komm jetzt, du musst an deiner Arbeit. So bekommst du heute kein Geld. Oh Mann, ey, dieser Pass. Immer dieser Pass. Immer dieser Pass. Geil Ibel, raus mit dir. Gleich stehen noch vor. Zack. Zack. Und... Zack. So, Ibel, raus mit dir. Die Polizei sichert das Gelände und Johnny Ibel muss anstecken. Ey, Ben da drüben mal. Kannst du mir vielleicht die Handschellen abmachen? Ich bekomm es nicht hin. Ich bekomm es nicht hin. Das dürfen wir natürlich nicht. Ben, kannst du vielleicht mal die Handschellen abmachen? Klar, aber... Und... Ab damit. Mann, ey. Ha. Endlich. So, endlich mal. Schön Luft. Versuch aber ja nicht abzuhauen. Johnny Ibel. Klar mach ich. Endlich. So, endlich mal. Schön Luft. Versuch aber ja nicht abzuhauen. Ja. Ja. Oh Mann. Uh. Ha. Endlich. Oh. Wollen wir uns das Gefährt mal an? Schau. Wie möglich machen wir hier. Hier ist ja nichts als ein Haufen Schalter. Autsch. Äh. Anschnallen, Johnny. Ah, das tut zu blöd. Tch. Was macht man denn da in dem Schalter? Au. Mann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020